Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu einem neuen Video. Mein Name ist Piran und wie ihr im Titel schon gelesen habt, geht es heute um Elixiere. Ich versuche euch heute nahe zu bringen, wie Elixiere funktionieren, woher ihr diese bekommt und was ihr dafür tun müsst. Das System ist noch nicht draußen für uns. Ich habe so gut wie möglich recherchiert und habe versucht, das so kurz zu fassen wie möglich, so dass ihr das, ich habe es so versucht zu formulieren, so dass ich das auch verstehe, also ein Dummi auch verstehen kann, wie das Ganze funktioniert. Ich gehe auf die wichtigsten Fragen ein in dem Video und versuche die so kurz und bündig wie möglich zu erklären. Und am Ende des Videos gibt es ein Beispiel, wie man die Elixiere herstellt bzw. wie das Ganze funktioniert. Ich werde wieder Timestamps unten in die Videobeschreibung packen. Ihr könnt da wieder durchklicken, wenn ihr möchtet, um den Zeitpunkt zu finden, der euch interessiert. Oder bzw. um das Thema zu finden, das euch interessiert. Ich wünsche euch sehr viel Spaß und danke fürs Zusehen. Was sind Elixiere? Fragt euch. Elixiere sind eine Möglichkeit, eure Charaktere ab einer gewissen Stufe weiter zu pushen, den vielleicht in eine gewisse Richtung zu geben, zu Min-Maxen, so das letzte bisschen Crit rauszuholen, vielleicht ein bisschen Healing rauszuholen, den Damage-Buff effektiv zu erweitern usw. Diese Elixiere könnt ihr mit eurer Ausrüstung verschmelzen. Ganz wichtig sei gesagt, dass ihr nur 5 Ausrüstungsstücke mit den Elixieren verschmelzen könnt. Und das sind die oberen 5. Mehr geht nicht. Ihr könnt nur den Helm, die Schultern, die Brust, die Hose und die Handschuhe mit Elixieren versehen. Alles andere ist nicht möglich. Also es gibt kein Elixier für eine Waffe oder für euren Schmuck. Genauso wenig wie für euer Armreif oder euren Ability Stone. Das funktioniert nicht. Es gibt die nur für Helm, Schultern, Oberteil, Hose und Handschuhe. Das ist ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, die verstärken euren Charakter mit verschiedensten Effekten. Das kann von eurem Main-Attribut hin bis zu bestimmten Set-Effekten sein. Auf diese Effekte gehen wir gleich mal drauf ein. Ich habe eine Liste, wo ich euch alle Effekte einmal anzeigen lassen kann bzw. euch vorzeigen werde. Aber so im Groben und Ganzen, ihr verstärkt euren Charakter, indem ihr etwas mit eurer Ausrüstung verschmelzt. Also diese Elixiere mit eurer Ausrüstung verschmelzt. Ganz, ganz simpel. Kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Ab wann sind diese Elixiere oder ab wann kann ich die auf meine Ausrüstung packen? Ganz wichtig ist, ihr braucht ein Item-Level von 1600. Da ihr sonst die Items nicht farmen könnt. Ganz, ganz simpel. Die Items sind charakterspezifisch. Das heißt, ihr farmt so wie bei zum Beispiel Kayangle die Materialien für den Charakter. Nicht für das Roster, sondern für den Charakter. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ja. Es gibt zwei verschiedene Arten von Elixieren. Es gibt einmal die epische Variante und es gibt einmal die legendäre Variante. Die epische Variante könnt ihr euch herstellen, indem ihr mit Item-Level 1600 den Standard-Normalen-Modus vom Ivory Tower macht. Also den Elfenbeinturm im Normal-Modus. Ja, ab 1600. Ihr braucht die Quest. Ihr müsst einfach Voltes durchquesten. Ja, dann müsst ihr der Combat-Level 50 sein. Das ist relativ easy. Und ein Item-Level von 1600 haben. Dann habt ihr die Möglichkeit, in dem normalen Modus von dem Elfenbeinturm diese beiden Items zu bekommen. Einmal klare Energie der Weisheit und einmal klares Elixier der Weisheit. Ja. Diese beiden Items kombiniert mit einem Katalysator. Der Katalysator ist das hier. Ja. Den Katalysator könnt ihr bekommen, indem ihr diese Items umwandelt. Die Chaos-Steine umwandelt. Ja, bei einem bestimmten Händler. Ich weiß nicht, ob der Händler schon in-game ist. Ähm, ich weiß aber, dass wir die noch nicht herstellen können. Ich habe die durch eine Quest-Reihe bekommen, ja. Ähm. Könnt ihr umwandeln. Und die Kombination aus den beiden Sachen, genauso wie den Katalysator, das zeige ich euch aber später, ergibt dann ein Elixier. Also damit könnt ihr dann ein Elixier herstellen, beziehungsweise das Minigame starten, ja. Das Minigame zeige ich euch im Laufe des Videos. Äh, dasselbe gibt es dann nochmal in dem Hard-Mode. Im Hard-Mode habt ihr die Möglichkeit, ein legendäres Elixier herzustellen. Ihr bekommt die legendäre Variante, also die verbesserte Variante vom Elixier der Weisheit und die verbesserte Variante von der Energie der Weisheit. Ja, aber ihr braucht auch wieder die ganz normalen, ähm, genau die gleichen Katalysatoren, die ihr wieder ganz normal aus euren Chaos-Steinen herstellen könnt. Ja, ganz, ganz wichtig. Wie viele der, ähm, Elixiere könnt ihr erhalten, beziehungsweise wie viele der, äh, Energie bekommt ihr? Die Energie, die ihr bekommt für die Elixiere, die ihr herstellen möchtet, sind fest, ja. Die Anzahl ist immer gleich, die ist fest. Ähm, diese Anzahl kommt, ähm, hängt davon ab, ob ihr die Zusatzkiste kauft, jedes Mal pro Gate oder nicht in Voldis. Ich zeige euch jetzt einen kleinen, einen kleinen Screenshot, den ich gemacht habe von, äh, von der Maxroll-Seite. Grüße gehen raus an die Maxroll-Leute, die das aufgelistet haben, ja. Äh, dort könnt ihr nochmal nachsehen. Ich werde, ich werde die Seite unten im Video verlinken. Ähm, dann habt ihr so eine kleine Übersicht, ja. Ihr seht jetzt gerade, wir sind, äh, die zeigen den Hard-Mode und den Normal-Mode, ja. Ja, ihr habt die Möglichkeit, es gibt vier verschiedene Gates, ja, vier verschiedene Phasen, beziehungsweise Ebenen, ja. Dort bekommt ihr folgenden Gold-Reward. Das bekommt ihr, ja. Ihr bekommt den Gate 1, 2000, dann 2500, 4000 und 6000, ja. Ja, insgesamt bekommt ihr im Hard-Mode 14.500 Gold. Ihr bezahlt für alle Bonus-Kisten insgesamt 5.500 Gold. Also macht ihr umgerechnet 9.000 Gold plus, wenn ihr alle Kisten kauft. Was ihr machen solltet, ja, rate ich euch allen. Genau dasselbe ist hier. Ähm, ihr bekommt im Total 9.000 Gold und bezahlt 3.500 Gold für die, für die Kisten. Habt im Umkehrschluss natürlich 5.500 Gold auf eurer Tasche, also beziehungsweise die Sachen, die ihr bekommt, ja. Hier wird euch gezeigt, ich gehe jetzt den Hard-Mode durch, ist im Normal-Mode genauso, ja. Ihr bekommt die Standard-Materialien, ihr bekommt die Energie, 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 ja. Dann bekommt ihr Energie und, äh, Elixier insgesamt, ja. Also würdet ihr rein theoretisch, ohne die Kisten zu kaufen, ja, 2, 4, 7, 8 plus ein Elixier, ja. Ihr bekommt 8 Splendid Energy, also die Energie und ein Elixier of Wisdom, ja. Wenn ihr dann noch zusätzlich die Kisten kauft, bekommt ihr das Ganze nochmal. Also würdet ihr 16 Energie bekommen, ja, und 2 Elixiere. Und dasselbe haben wir hier im, im epischen, beziehungsweise im normalen Modus, im epischen Bereich auch. Ihr kauft normal, also ihr kauft keine Kiste, ihr nehmt den normalen Loot, habt also dementsprechend 8 mal die Energie und einmal das Elixier. Und wenn ihr die Bonus-Kiste kauft, bekommt ihr nochmal 8 mal Energie und ein Elixier. Was aber sehr, sehr wichtig ist, und das steht hier nicht, ist, dass ihr nach Gate 2, ja, sowohl im Hard- als auch im Normal-Mode, und nach Gate 4 eine Auktion habt, wo ihr nochmal die Möglichkeit habt, ein Elixier zu bekommen, ja. Also zu ersteigern. Ihr könnt nochmal ein Elixier erbieten, was sehr, sehr nice ist. Also nochmal, ihr habt die Möglichkeit, 16 Elixier, äh, 16 Energie und 2 Elixiere, sowohl im Normal- als auch im Hard-Mode zu bekommen, für die jeweilige Variante, die ihr haben möchtet oder erfarmen könnt, ja. Ähm, es lohnt sich immer, immer die Kisten zu kaufen. Es sei denn, ihr habt die perfekten Elixiere. Ansonsten lohnt es sich immer, die Kisten zu kaufen, vor allem, weil ihr auch Upgrade-Materialien und so bekommt, ja. So viel dazu. Ganz wichtig sei noch hinzuzufügen, dass ihr die Möglichkeit habt, Elixiere aus dem Auktionshaus zu kaufen. Diese könnt ihr zerstören und zu Essenzen herstellen, ähm, zu Essenzen machen. Diese Essenzen könnt ihr wieder sammeln und aus der Essenz könnt ihr ein neues Elixier herstellen, ja. Also wenn ihr bestimmte anzahlt, es ist wieder dieses, äh, wie bei den Bracelets, wie bei den Armreifen, ja. Ihr zerstört, ihr habt den Armreifen, das wollt ihr nicht. Ihr zerstört diese Armreifen, ja, bekommt diese Stücke und könnt dann bei einem Händler aus den Stücken, ähm, wieder komplette herstellen. Das selber funktioniert mit den Elixieren auch. Ihr zerstört die Elixiere, habt die Möglichkeit, äh, dadurch wieder neue Elixiere herzustellen, wenn ihr eine bestimmte Anzahl hin, äh, zusammengefügt habt, ja. Ganz simpel. So, und nun kommen wir zu den Stats. Die Stats sind für, für sehr, sehr viele von euch wichtig, ja. Äh, zuallererst möchte ich euch sagen, es gibt einmal ein generelles Elixier, das könnt ihr auf jedes eurer Teile packen, ja. Und dann gibt es, äh, fünf spezifische Elixiere, äh, mit spezifischen Stats, also mit, mit Einschränkungen, ähm, die pro Item fungieren. Das heißt, äh, ihr gibt, es gibt ein generelles, das könnt ihr auf die fünf Items packen, die ihr haben möchtet. Oder ihr habt spezifische, zum Beispiel eins, was nur auf Helme funktioniert, nur auf Schultern, nur auf Brust, nur auf Hose, nur auf Handschuhe. Bei Helm und Handschuhe ist es ganz, ganz wichtig, dort gibt es Set-Effekte, die nur funktionieren, wenn ihr beides kombiniert. Also ihr müsst, äh, dasselbe Set-Effekt auf Hand und Kopf haben, damit das funktioniert, ja. Das erkläre ich euch ja aber später, wenn wir das Ganze mal herstellen. Ähm, jetzt zeige ich euch ganz, ganz kurz die Stats, die wir haben. Ja, Grüße gehen raus an Maxroll, dort haben wir, äh, die, die Werte her. Ja, ob die genauso übernommen werden, weiß ich nicht, aber wir gehen mal davon aus, dass die aus Korea übernommen wurden und dass die genauso bleiben, ja. Bei dem generellen, bei den generellen Stats haben wir Attack Power, also Angriffskraft. Wir haben Waffenstärke, wir haben die, das jeweilige Main-Attribut für eure Klasse. Also Stärke, Intelligenz, Dexterity, ja. Dann haben wir Stagger, die Stagger-Erhöhung, ja. Dann haben wir Mobility, das ist eure Leertasten-Cooldown. Dann haben wir Master of Escape, wenn ihr wieder aufsteht, die Cooldown, ja, Stand-Up. Demolition ist der Schaden, den ihr mit Granaten und so'n Kram macht. First Aid ist das, was ihr mit, äh, mit, mit den Items wiederherstellt, also wie viel HP ihr wiederherstellt und so weiter und so fort. Max-MP, die Erhöhung eurer MP. HP Regen, die Regenerationsrate eurer HP. Dann habt ihr Magic-Stream, das ist die, ähm, Regenerationsrate eurer Ressourcen, MP und, äh, Energy oder je nachdem, was ihr besitzt, je nachdem, welche Klasse ihr spielt. Und dann gibt es Solo-Damage, also die Schadenserhöhung für Solo-Spieler im Solo-Content, wenn ihr nicht in einer Party seid, ja. Das sind eure generellen Sachen, die ihr nehmen könnt. Dann haben wir die Möglichkeit, auf die Schultern zu gehen. Und auf den Schultern habt ihr das erste Use-List, kann ich euch jetzt schon sagen, Awakening-Damage wird keiner nehmen. Äh, Schaden von Awakening irrelevant, bei den meisten Klassen, ja, nicht, nicht relevant für den Damage-Output. Dann habt ihr Boss-Damage, für Damage-Dealer absolut insane. Also, ihr macht Schaden, äh, wenn euer Monster oder euer Gegenüber als Boss oder höher kategorisiert wird. Ja, das ist bei Bossen ganz, ganz oft, Legion-Rate, etc., ja. Dann haben wir Guardian, die Schild-Effektivität, die ihr euren Party-Mitgliedern gebt, wird erhöht, ja. Und dann gibt es Healing, die Heal-Effektivität, die ihr euren Party-Mitgliedern gebt, wird erhöht. Wir haben einmal Damage-Dealer, dann haben wir sowas wie Paladin zum Beispiel, ja, Guardian. Und Healing eher für, für Baden oder so, Baden und, äh, Artists. Ihr könnt natürlich bei, bei, bei einer Artist oder bei einer Baden auch Guardian nehmen und bei dem Paladin könnt ihr natürlich auch Healing nehmen. Aber da müsst ihr selber entscheiden, was für euch, ähm, am besten ist. Ich finde Guardian sehr, sehr nice für den Paladin. Äh, dann haben wir, nach den Schultern kommt das Bruststück. Bei einem Bruststück gibt es eine Warnung, beziehungsweise einen Tipp von Max Roll. Da diese Stats hier für einen Damage-Dealer nicht relevant sind, also nicht wirklich relevant sind, außer vielleicht HP, ähm, Raten die euch, äh, auf, für den Damage-Dealer, auf der Brust zusätzlich, äh, eins dieser Werte zu nehmen, anstatt, anstatt eins dieser Werte, ja. Für Supporter ist natürlich Max HP absolut geisteskrank. Oder Defense für, für Squishy-Classes, ja. Ähm, ihr habt Schadensreduzierung, ihr habt magische Verteidigungserhöhung und physische Verteidigungserhöhung. Genauso wie Max HP Increase, was absolut godlike ist. Wenn wir da 17.000 bekommen, geisteskrank, sehr, sehr geil. Äh, holy shit, absolut, absolut crazy. Dann haben wir die Hose. Auf der Hose habt ihr die Möglichkeit, und das ist eher für Damage-Dealer gedacht. Aber die Hose ist für beide insane gut, also sowohl Support als auch Damage-Dealer. Ihr habt zusätzlichen Schaden, ja, um bis zu 3,1% erhöht. Kritischer Schaden, um bis zu 7% erhöht. Identity-Gain ist für, für Spec-Klassen sehr, sehr gut, als auch für Supporter, ja. Und dann Unity, und das ist godlike. Ähm, der Attack-Buff, die, die Effizienz eures Attack-Buffs wird um 6, bis zu 6% erhöht. Das ist geisteskrank. Holy shit ist das krass. Freue ich mich drauf. Da wird hart gegambelt, kann ich euch jetzt schon sagen. Da gibt es Mini-Game-Streams bis zum Kotzen. Ja, also. Ähm, und dann haben wir jetzt noch die Set-Effekte. Und die sind crazy. Die sind absolut crazy. Wir haben, für Damage-Dealer gibt es Blade-Shield, ja. Ähm, zuallererst habt ihr, alle DPS-Sets haben dieselben Basic-Stats. Ja, ähm, das heißt, ihr bekommt, je nachdem, welche Stufe ihr habt, das erkläre ich gleich noch, ähm, Damage, Damage dazu und magische Defense dazu. Genauso wie alle Support-Sets, Heal und Shield-Effektiveness dazu bekommen und HP-Region. Ja, das ist fest. Egal, welches Set ihr nehmt, äh, von denen, die bleiben fest. Die ändern sich nicht, die sind genau gleich, ja. Ja, hier fehlt noch ein Set, das habe ich hier hinten dran gehangen, hat nicht mehr hingepasst. Ähm, so. Wir haben einmal Blade and Shield, ja. Bei einem Hit kriegt ihr einen Schild, ja, der Damage absorbiert. Und das für 6% von eurem Max-AP, von eurer Max-AP, ja. Während ihr das Schild aktiv habt, macht ihr 4% mehr Schaden. Und wenn ihr Level 2 des Z-Effekts habt, wird der Schaden auf 8% erhöht, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob die kommunieren, beziehungsweise ob man die kombinieren kann. Ähm, ob man nicht nur 4%, sondern dann 12% macht. Da bin ich nicht sicher. Ich möchte nichts Falsches sagen, ist noch nicht draußen, konnte ich noch nicht ausprobieren. Äh, ich bin nicht sicher, ja. Mh, 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 hier steht auch nichts. Also, hier gibt es auch keine genauere Info. Äh. Okay, 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 okay. Äh, dann haben wir Damage. Also bei Conversion gibt es Damage on Crit plus 6% und Replace is Previous Bonus. Okay, also wird das wahrscheinlich akkumuliert sein, also zusammengefügt sein, ja. Hier sind es 12% und hier ersetzt es den vorherigen Bonus, ja. Also Conversion gibt euch 12%, äh, 12% Crit Damage. Was absolut crazy ist. Expert, wenn ihr einen Skill einsetzt, ja, wird eure Crit Chance um 1,4% erhöht für 10 Sekunden. Das stackt 5 mal, ja. 1,4% mal 5, ihr seid bei 7%. Absolut nice. Ja, Stacks decrease when you receive Damage. Das ist wie bei Magic Stream und so weiter und so fort. Kriegt ihr einen Hit, reduziert sich das Ganze wieder. Ja, und, ähm, das was crazy ist, ihr kriegt auf Stufe 2, kriegt ihr nicht nur die Crit Chance, die 7%, sondern auch nochmal pro Stack 1,7%, also 8,5% mehr zusätzlichen Schaden. Was halt crazy ist, auf Maximalstufe, ja. Das ist absolut insane. Mhm. Und dann gibt es noch Glück, also Luck, 5%, 5%ige Chance, dass die Cooldown von einem Skill resettet wird. Ähm, es funktioniert natürlich nicht bei einem Movement, Stand Up oder Awakening Skill. Der Effekt triggert only on first skill use, ja, nur bei dem ersten Skill. Ähm, if skill is used again after reset, the effect will no longer trigger. Ähm, wenn ihr, wenn ihr den Skill einsetzt, ja, ähm, nachdem der Effekt schon stattgefunden hat, wird es nicht nochmal triggern. Also ihr kriegt nicht reset into reset into reset die ganze Zeit. Das funktioniert nicht. Ja, einmalig. Relativ simpel. Und der Level 2 Effekt ist, äh, Effekt hat die Chance doppelt zu hitten, ja. Wie das funktioniert, bin ich nicht sicher. Klingt komisch. Ähm, aber overall, ich glaube das Beste wird wahrscheinlich sein Conversion. Und Expert, die beiden werden wahrscheinlich die Top-Notch-Dinger sein, ja. Die, die ihr haben wollt, äh, Crit-Damage, weil fast jede Damage jeder Klasse geht auf Crit. Deswegen wahrscheinlich Crit-Damage. Und Expert ist wahrscheinlich für die, ähm, als Alternative, beziehungsweise für die Leute, die Crit-Rate brauchen. Ich würde für, für, zum Beispiel für den Striker würde ich Crit-Chance über Crit-Damage nehmen. Ja, ähm, bei den Support-Sets gibt es Faith, ja. Wenn ihr einen Awakening-Skill einsetzt, bekommt ihr Faith für drei Minuten. Ähm, euer Attack-Buff-Effektivness wird erhöht um acht Prozent, ja. Äh, und ihr setzt eure Ultimate so oft wie möglich ein, bis zu sechs Mal, ja, was halt crazy ist. Und wenn ihr Level zwei habt, Attack-Buff-Effektivness plus vierzehn Prozent und Identity-Gain plus fünf Prozent, das ist geisteskrank. Das ist insane, einfach. Holy shit, freue ich mich da drauf. Alter, das wird ein harter Game. Also, ich glaube das kann man mit Episch gar nicht erreichen, also es ist super schwer. Äh, Luminary und Skill-Use, Attack-Buff-Effektivness plus 1,6 Prozent, fünf Stacks, ja. Und, äh, wenn ihr die Max-Stacks erreicht, habt ihr auf Level zwei nochmal die Möglichkeit, dass, dass ihr nochmal zusätzlich sechs Prozent Attack-Buff-Effektivness bekommt und Cooldown um fünf Prozent reduziert wird. Was crazy ist. Und dann gibt es noch March, ähm, when applying a Protection-Effekt, also ein Schild, ja, äh, wird ein Äther kreiert. Äh, dieser Äther gibt Weapon-Power plus 2230 für nahestehende, ähm, Verbündete, ja. Ähm, und Level zwei-Effekt ist einfach, dass dieser Äther nochmal acht Prozent Movement-Speed gibt und Attack-Power um sechs Prozent erhöht für 15 Sekunden. Also für 15 Sekunden Movement-Speed und dann Attack-Power, äh, Attack-Power-Effektivness erhöht. Also crazy. Okay. Alle Verbündeten kriegen Weapon-Power plus 2230, ist jetzt nicht so viel, ist als würde eure Waffe eine Stufe höher sein, ja. Ist okay, ist nice. Und, ähm, dann bekommen die Movement-Speed plus acht Prozent für 15 Sekunden. Ist für viele, ja, ja, ich weiß nicht, wie das stackt mit dem Earning-Buff. Müsste man ausprobieren. Und Attack-Power-Effektivness wird nochmal um sechs Prozent erhöht. Das heißt, mein Attack-Buff ist stärker. Crazy. Ähm, ich würde Faith wahrscheinlich, Faith und Luminary, ähm, Faith ist wahrscheinlich absolutes Top-Tier und Luminary ist, ähm, so Rang zwei, dass hier wäre eher so Rang drei, ja. Also ich würde das auch so kategorisieren. Wobei die Cooldown auf Level 2 schon sehr, sehr krass ist. Identity-Gain ist aber auch insane, boah, crazy. Also wenn ihr die beiden habt, mein Gott, eins von den beiden, ihr seid absolut godlike. Ähm, bei den Damage-Dealern gibt es noch diesen Effekt, Vanguard heißt der. Ähm, nachdem ihr ein Movement-Skill eingesetzt habt, bekommt ihr Charge für 20 Sekunden, ja. Und wenn ihr dann jemanden hittet, bekommt ihr Courage für sechs Sekunden. Äh, Charge gibt euch Damage plus drei Prozent und Courage gibt euch Attack-Power plus drei Prozent, ja. Also ihr dodged, bekommt für 20 Prozent mehr Damage. Äh, für 20 Sekunden, nicht 20 Prozent. Ihr bekommt für 20 Sekunden mehr Damage. Und wenn ihr dann den Gegner hittet, bekommt ihr drei Prozent Attack-Power noch, ja. Wenn beides, Charge und Courage, aktiv ist auf Level 2, kriegt ihr nochmal Damage plus fünf Prozent. Also nicht nur drei Prozent, sondern acht Prozent, ja. Wenn das stakt. Sehr, sehr cool eigentlich. Sehr krasse Effekte, holy shit. Holy shit. Die Kombinationsmöglichkeiten sind unendlich groß. Also das ist crazy. Aber es gibt natürlich wieder das Beste, Best in Sword und so weiter und so fort. So, und nun gehen wir in den Bereich, wo wir selber ausprobieren, wie das Ganze funktioniert. Äh, ich muss kurz gucken, ob ich das Ding jetzt finde. Äh, da ist es. Die Seite schicke ich euch auch in den, äh, packe ich euch auch in die Videobeschreibung, da könnt ihr ein bisschen rumprobieren. Ähm, wir haben hier einmal epische und einmal legendäre, ja. Ich werde am Anfang, ich werde euch epische zeigen und dann werde ich euch legendär, das legendäre Minigame zeigen. Und dann könnt ihr nachschauen, ja. Wir gehen auf das epische, ich habe Paladin ausgewählt. Ähm, so, folgendes. Ihr seht jetzt schon die Kosten. Das ist episch, ja. Das ist für 1600 episch. Ähm, ihr seht jetzt schon die Kosten. Alle Kosten betragen erst mal 120. Bis jetzt haben wir noch nichts ausgegeben. Also bis jetzt haben wir noch nichts zusammengesammelt. Und wir brauchen, ähm, Materialien, diese, diese Katalysatoren, brauchen wir zwei Stück pro Versuch, also pro, pro Phase, ja. Ähm, jetzt für den Anfang müssen wir erstmal diese Slots füllen mit den Effekten, die wir haben möchten. Das heißt, ihr sucht euch fünf Effekte aus, ja, ähm, die ihr haben möchtet, äh, die, die euch was bringen. Das heißt, ihr geht hier rüber und schaut jetzt, wir haben jetzt Luck, ich spiele Paladin, Luck bringt mir nichts. Ja, das ist wieder dieses Damage to Force und Magic Defense brauche ich nicht. Dann haben wir Potion, Poisoning, äh, Battle Item Recovery brauche ich nicht. Und wir haben Resource, Blessing, Combat Resource, Natural Recovery. Das ist etwas, was nicht so schlecht ist. Das ist meine, meine MP, meine MP-Regeneration. Ist jetzt nicht insane, also jetzt nicht super gut, aber kommen, nehmen wir, ja, das ist das Erste. Brumm. Diesen, diesen Slot auszuwählen kostet uns schon 120 Gold, ja. Ja, dann haben wir Master, ja, Order. Ja, also es gibt, es gibt eine Kombination, ähm, für den, für den Helm gibt es Order und für die Handschuhe gibt es, äh, etwas anderes. Ihr braucht die Kombination aus beiden, damit ihr einen Set-Effekt bekommen könnt, ja. Ähm, was haben wir? Master Order, das ist Attack Power und Physical Defense. Äh, Attack Power Plus, okay. Und der Set-Effekt ist Alexia of Wisdom, wenn, wenn die Anzahl 35 oder höher ist, bla bla bla, ist das mit dem Movement Spell. Nicht wichtig für uns, die Crit Rate, das ist der Crit Rate Stack, ja. Dann haben wir hier Luminary und das ist das, was wir haben wollen, was sehr, sehr nice ist, mit dem, mit dem Attack Buff Increase, ja. Äh, das ist etwas, was wir auf jeden Fall nehmen. Battle Item Damage ist irrelevant, wir nehmen Luminary. Das ist einer unserer Main-Dinger, die wir haben möchten, ja. Dann haben wir Explosive Expert, irrelevant. Dann haben wir Stagger-Effekt, könnte man nehmen und Weapon Power, wir nehmen den Stagger-Effekt, ja. Der ist jetzt nicht insane, wir können, wir können auch rerollen, die Möglichkeit besteht. Ja, wir nehmen den Stagger-Effekt, ja. Jetzt haben wir drei Stück schon fertig, ja, fehlen noch zwei. Ähm, cool wäre, wenn wir, wenn wir noch einen anderen Effekt kriegen würden, einen anderen Set-Effekt. Ähm, Potion, Poisoning, brauchen wir wieder nicht, ne. Äh, Escape Expert auch nicht wichtig, Blessing of Life, äh, alles nicht geil, alles nicht geil. Meiner Meinung nach, ja, ich würde, ich würde wechseln, also ich würde wahrscheinlich rerollen, aber man behält die Rerolls normalerweise bis, bis später. Aber wir können auch, wir können auch eins nehmen, ihr müsst euch überlegen, ihr werdet hinterher zwei Stück, also, ihr werdet hinterher drei Stück auswählen, die ihr hundertprozentig nicht nehmt. Und am Ende werdet ihr das so machen, dass ihr zwei auf jeden Fall auswählt. Wir werden jetzt, ähm, Blessing of Life nehmen, brauche ich nicht, nehmen wir trotzdem. Dann haben wir, ähm, Fear Strength, Chaos. Chaos ist das, was die Handschuhe bekommen können, ja. Äh, wir haben Order, ist für, für, äh, die Helme und Chaos ist für die Handschuhe, die Kombination macht es, ja. Äh, das bringt uns nichts, ist wieder Damage. Äh, ihr seht das Ganze, äh, wenn die HP 50% oder niedriger betragen, wird der Damage reduziert und Outgoing Damage wird erhöht. Das ist das mit dem Schild, ja, was ich euch schon gesagt habe. Äh, zusätzliche Max-MP, okay. Und Vagabund gibt, ähm, Damage-Erhöhung when not in Party. Das ist dieses Single-Target, äh, dieses Solo, was wir hatten, ja. Äh, davon ist alles Kacke eigentlich. Wir nehmen MP, fertig, so. Und jetzt beginnt das Minispiel. Ihr habt elf Transmutes, also folgendes. Jedes Mal, also das, das Minispiel ist folgendes. Ihr, ihr habt jetzt hier Möglichkeiten, ja, äh, Dinge zu erhöhen oder, oder zu verändern, etc. pp. Ihr seht hier gerade 20%. Wenn ich auf Transmute klicke, also ich hab zum Beispiel etwas ausgewählt und ich wähle Transmute, ja, hat es eine 20%ige Chance hier reinzugehen. Bei irgendeinem von denen, ja. Ja, das heißt, das leuchtet hier. Das sind einzelne Level, ja. Wir haben Level 1 ist bei drei leuchtenden Feldern, Level 2 ist bei sechs, Level 3 ist bei, ähm, acht und Level 4 ist bei neun leuchtenden Feldern, ja, haben wir Level 4 erreicht. Das heißt zum Beispiel, wir wollen Luminary auf der maximalen Stufe haben, auf Stufe 4, ja, damit wir die Attack-Power von der Party, von den Party-Mitgliedern, ja, ähm, erhöhen. Maximalisiert ist, maximalisiert, kann man das so sagen, äh, stark erhöht ist, ja. Wir wollen das Maximum natürlich haben. Das ist das Perfekte, was wir haben möchten. Dafür müssen wir neunmal hier reingehen. Der muss neunmal hier reingehen, damit wir das Maximale haben. Bei elf Versuchen. Das heißt, dreimal dürfen wir failen, mehr nicht. Ja, das ist unser, das ist das, was wir eigentlich haben wollen. Man sagt immer so, zwei sollte man auswählen. Ja, ich würde jetzt Luminary nehmen und ich würde wahrscheinlich, äh, Max-MP, eins von den beiden, ja. Luminary und Max-MP, gehen wir von den beiden aus, ja. Und alles andere ist eher irrelevant. Stagger und so ist cool, vielleicht Stagger noch, ja. Jetzt bekommen wir jede Runde Optionen, aus denen wir wählen können oder die wir umrollen können. Wir können zweimal umrollen, ja. Ähm, I'll increase the level of Stagger-Effekt bei minus zwei bis plus zwei. Also ich habe die Chance, den Stagger-Effekt, um bis zu plus zwei zu erhöhen. Minus zwei geht nicht, weil ihr nicht in den Negativ-Bereich gehen könnt, ja. Das heißt, das kann minus zwei sein, passiert nichts. Minus eins, passiert nichts. Null, passiert nichts. Plus eins kriegen wir einen dazu. Und plus zwei kriegen wir auch, kriegen wir zwei dazu, ja. Das ist erstmal nicht so schlecht. I will increase the Great-Success-Rate of the Resource-Blessing-Effekt by 15% for all remaining Transmutations. Es gibt eine Great-Success-Chance, ja. Das heißt, ihr könnt doppelt proggen, ja. Ähm, gehen wir davon aus, es geht hier unten rein und ich habe die Great-Success-Chance bei dem Blessing erhöht. Dann kann es sowohl hier unten reingehen als auch hier, beziehungsweise es proggt doppelt. Irgendwie so war das, ja. Ähm, einen Double-Progg gibt es, ja. Und dann, at this time I'll transmute der MP-Effekt. Also ich kann sagen, ich möchte den unbedingt erhöhen. Ja, diesen Wert auf jeden Fall erhöhen. So, jetzt habe ich die Frage, äh, wir gamble natürlich. Ich will, die, die Option besteht ja, ich möchte Luminary oder MP haben. Stagger ist okay. Da wir die Möglichkeit haben, Stagger um bis zu 2 zu erhöhen, nehmen wir das natürlich. So, ähm, wir haben es ausgewählt. Jetzt können wir Transmute klicken. Wir zahlen wieder 120. Boom. Nichts passiert. Es ist in MP danach reingegangen. Okay, ihr habt gesehen. Also ihr kriegt immer diesen Z-Effekt und dann geht der Random noch in einen rein. Ja. Er ist hier nicht reingegangen, ist okay. Und wir haben MP dazu bekommen. Cool. So. Jetzt ist nochmal, jetzt gibt es nochmal etwas Zusätzliches. Und das ist crazy. Ähm, wenn, ihr seht diese Lichter, ja. Wenn wir hier mehrmals auf dieser Seite etwas auswählen und das voll ist, bekommen wir einen epischen Proc. Das heißt, das nächste Ding, was wir bekommen, ist verbessert. Oder epischer. Oder, ähm, der Effekt ist krasser. Ja, das ist wichtig. So. Wir spielen jetzt mal so, ich mach das so, wie ich es selber machen würde, ja. Ähm, I will increase the Transmutation rate of the Blessing of Life effect by 35% for this Transmutation. Wenn ich hier draufklicke, zieht er 35% von den anderen Vieren ab und pack die hier drauf, ja. Dann hab ich eine 55%ige Chance, das zu machen. Wollen wir aber nicht. HP Recovery ist mir egal. This time I will Transmute 3 Effects, but it will consume 2 Attempts, ja. Ich kann 3 Stück erhöhen. Also, ich krieg 3 Sockel für 2, äh, für 2 Versuche. Das heißt, der geht runter auf 8. Was eigentlich ganz geil, äh, ganz geil sein kann. Ja, ihr bekommt die, ihr bekommt ein Versuch mehr, für ein Versuch, äh, ohne das, ihr bekommt einfach ein Versuch mehr, beziehungsweise ein Punkt mehr. Was crazy ist. Das ist eigentlich ganz geil. I will decrease the Transmutation rate of the Stagger effect by 20% for this Transmutation. Ähm. Hm. Wenn ich das mache, wird, wird das reduziert und alle anderen haben 25%. Wir wollen aber Stagger haben, deswegen nehme ich das mittlere und wir gambern so ein bisschen. Alles außer Luminary, was soll denn das? Also, es ist wieder random, ne, es ist wieder RNG des Todes. So, jetzt sind wir aber runter auf 8. Wir haben 2 Versuche verbraucht für 3, für 3 Sockel, ja. Ähm. I'll increase the level of MP by minus 2 bis plus 2. Das hatten wir schon. Ähm. I will increase the level of Stagger effect by 1. The success rate will be 25%. Das heißt, wir erhöhen das, ja. Ähm. Oh lol. Ne, wir haben eine 25%ige Chance, äh, den Stagger effect um 1 zu erhöhen. Okay. I will increase the Transmutation rate of the MP effect by 70% for this Transmutation. Also, ich kann sagen, ich will auf jeden Fall MP haben. Ja. Um 90% erhöht. Kein Luminary ist halt super, super nervig. Aber ja, gehen wir rein. Ja, Transmute. Boom. Ist auf jeden Fall da reingegangen. Ja, wir hatten 90%. Also, was soll da schief gehen? Ähm. The great success rate von Stagger um 100% für diese Transmutation. Das heißt, wenn wir Stagger hitten, ist es ein Double Proc. Ja. I will decrease the Transmutation rate of Luminary order by 5% for all remaining Transmutations. Warum sollte ich das machen? Das ist ja das, was ich haben will. Das ist ja dumm. I will increase the Transmutation rate of the blessing of a life effect by 5% for all remaining Transmutations. Nein, das ist auch kacke. Wir müssen das mit dem Stagger nehmen. Komm schon. Stagger, Stagger, Stagger. Ohohoho. Der geht sogar da rein. Habt ihr gesehen, wir haben zwei Stags bekommen. Und damit haben wir den Level 1 Bonus erreicht. Jetzt könnten wir zum Beispiel, wenn wir das übertragen, hätten wir 0,38% Stagger erst erreicht. Wenn ihr zum Beispiel, hier zum Beispiel habe ich keinen MP erreicht. Wir müssen auf 1, 2 oder 3 kommen. Schwierig. Aber geil. Macht super viel Spaß. Was haben wir? I will increase the Level of Blessing of Life effect by 1. However, the Level of the Resource Blessing wird um 2 reduziert. Resource Blessing ist uns eh egal. Blessing of Life ist uns auch egal. Beides irrelevant. Nehmen wir nicht. Ein Random Effect will be sealed. Ein Random Effect wird geschlossen und kann nicht mehr erhöht werden. I will increase the Level of MP effect by 1. It has 25% success chance. Also wir erhöhen MP, aber es ist nur mit einer 25%igen Erfolgsrate. Das Geile ist, wenn wir 1 closen, verliert er zum Beispiel, gehen wir davon aus, dass Blessing of Life weg geht. Dann verliert er diese 20% und die 20% wird bei den anderen aufgeteilt. Also alle anderen haben 25%ige Chance. Ich hoffe, Luminary geht nicht weg. Wir gambeln jetzt ein bisschen. Ein bisschen Gamba. Nein! Okay, er ist gesealed. MP ist gesealed. MP kann nicht mehr erhöht werden. Und wir haben Stagger bekommen. Okay. We will increase the Transmute Rate of Blessing of Life by 35% mine. You won't need to pay for this creation. Okay. Wir wollen kein Resource Blessing haben. Decrease the Transmute Rate of... Oh, das ist nice. Das ist sehr, sehr nice. Alles andere wird erhöht. Wir wollen eh kein Resource Blessing. Wir nehmen das. Aber ihr habt gerade den Preis schon gesehen. 1200 Gold, ne? So. Oh no, der ist in Blessing of Life reingegangen. Wir haben nur noch 4 Versuche, um Luminary hochzubekommen. Und ich bekomme einfach kein Luminary. Das ist einfach nervig. Decrease the Transmute Rate of the Resource Blessing by 10%. Runter auf 5%. Alles andere geht hoch auf 30%. Das machen wir auf jeden Fall. Decrease the Transmute Rate of the Stagger by 20%. Dann ist das bei 36%. Das ist auch geil. Increase the... Ja, Resource... Wir brauchen dieses Resource Blessing, nicht? Wir machen das so. Wer kriegt den dazu? Ach, Digger! Blessing of Life. Erzähl mir nichts. All remaining Transmutations will cost 20% less. Wir können den Stagger-Effekt reduzieren oder erhöhen. Alter, wir können den größten Garbage jetzt machen. Increase the Level of Resource Blessing. Ich will kein Resource Blessing. Wir haben noch 3 Versuche, ja. Ähm... Wir gamblen jetzt. Scheißegal. Stagger? Stagger ging 2 runter. Blessing of Life ging 2 hoch. Crazy. Ich will aber Blessing of Life nicht. Es ist schon Garbage. Es ist jetzt schon Garbage. Äh... It's almost over. I will seal the effect that you choose and increase one other effect by one level. Wir sealen das hier. Stagger geht hoch. Wir haben... Ja, wir sind am Arten. Das ist so bad einfach. Wir haben Luminary aber auf Stufe 1. Ja, Attack Power Buff. Und Max HP Increase. Und wir haben Stagger um 0,38%. Das heißt, unser Elixir, das was wir jetzt machen können, ist... Wir können dieses Elixir auf den Helm packen. Dann bekommen wir den Helm-Effekt. Und den Common-Effekt. Packe ich das Ganze aber auf die Brust, ja, dann bekomme ich nur den Common-Effekt und das hier ist ausgegraut. Versteht ihr das? Also, wir haben diese beiden Effekte jetzt freigeschalten. Die haben wir weggemacht. Ja. Und das ist das, was wir bekommen haben. Wir können das Ganze nochmal machen. Diesmal mit Legendary. Ich wähle wieder den Paladin aus. Wir machen Legendary. Und gehen das Ganze nochmal durch. Äh... Der Preis... Ihr habt den Preis gesehen, ja. Ähm... Warte mal, ich gehe nochmal zurück. Wir gehen... Ich gehe mal einmal ganz kurz durch. Master of Escape, bla bla bla. Damit ihr am Ende den Preis seht, ja. Weil ich habe jetzt gerade nicht drauf geachtet. Boom. Zack, zack. Äh... Hier. Zack, zack. Zack, zack. Ihr seht den Preis, ja. Die Preise sind crazy. Ähm... So. Er zahlt ungefähr 3000 Gold oder so. Äh... Machen wir es so. So. Der Preis liegt bei 1800. Ungefähr 2000 Gold. Ja. Wenn ihr die Materialien noch nehmt und so weiter und so fort. Seid ihr bei einem... Äh... Bei einem epischen bei 2000 Gold. Und das ist wieder random, ne. Und jetzt bei einem Legendären erhöht sich das signifikant. Ja. Äh... Wir gehen... Ich versuche wieder das Beste herzustellen. Ja, Blessing of Life suckt. Das hat uns gerade gekackt. Und wir haben nicht gererollt, ne. Wir können am Anfang schon rerollen, wenn uns irgendwas nicht gefällt. Wir rerollen. Ich will was Gutes haben. Weapon Power, Physical Defense, Resource Blessing. Beides kacke. Oh man, Alter. Ähm... Combat Resource Natural Recovery ist okay. Ja. Resource Blessing ist okay. Specialty Gain. Also Special Meta Gain. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr geil. Das nehmen wir. Wenn hier nichts besseres bei ist. Bladed Shield und Vagabund. Brauchen wir beides nicht. Uh... Damage Plus. We're not in Party. Wir nehmen das. Okay. Specialty Meta Gain. Insane gut für uns. Äh... Stagger Effect nehmen wir hier wieder. Stagger Effect war immer ganz nice. Master of Evasion brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Äh... MP Increase können wir nehmen. Das sind alles gute Sachen bis jetzt. Also relativ gute Sachen. Ähm... Was haben wir hier? Das ist dieses... Elixir of Wisdom. Blablabla. Das mit den Stacks und mit der Crit Rate brauchen wir nicht. Äh... Blessing of Life Sucked. Und Stärke Effect. Ja. Äh... Ist nicht das, was wir wollen. Wir nehmen den Stärke Effect. Das kann ja etwas sein, was wir rausnehmen. Ja. Äh... Increase the Transmute Rate of Stagger. Nö. Ähm... Auf MP. Nö. I'll increase the Level of Stärke. Äh... Äh... I will swap the Levels of one effect with the highest level and one effect with the lowest level. Nein, 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 nein. Das passt schon. Das ist schon richtig so. I'll increase the Level of MP by one success rate 25%. I will increase the Great Success Rate of... By 15%. Okay, Great Success Rate. Das ist okay. Wenn Stagger hittet, das Double Stagger hittet. Äh... Beides okay ist, würde ich sagen. Great Success Rate ist aber gut. Nehmen wir. Wo geht der rein? Ohohohoho. Special Meter. Let's go, baby. Ich freu mich jetzt schon mehr als alles andere so. Ähm... I'll increase the Level of Resource Blessing. Nö. I will increase the Great Success Rate of... Strength. Also Stärke. Um 7%. Okay. I'll increase the Level of Stagger Effect by one percent. It has a 50% succeeding. Das ist eigentlich sehr, sehr geil. Ich will aber... Eigentlich will ich Resource Blessing haben. Das ist die Mana Recovery. Ähm... Wir nehmen das. Ohohoho. Geht sogar um Zö... Ah, das ist ja. Ich bin... Egg Mclucky. I will swap the Levels of Special... Nein. Specialty Gain wird nicht geswappt. I will increase the Transmutation Rate by 70%. Nein. Äh... 70%. I will decrease the Transmute Rate of the Resource Blessing. Warum Resource Blessing? Also alles Kacke. Ja. Ich swappe. I will increase the Great Success Rate of all effects by 5% for the remaining. Okay. Das ist sehr, sehr geil. Um 5% für alle. Das ist crazy. I'll increase the Level of Stagger Effect by one. It will have a 25% success. Nee. Wir machen das hier. Für alle. Und er geht in Stagger rein. Okay. Ähm... This time I can enhance the Stagger Effect by two levels, but at the cost of two of your remaining attempts. Nope. 2 für 2 ist nicht gut. Also vor allem will ich keinen Stagger haben. Let me increase Stagger... Ach, Diggi. I will increase the Level of Stagger Effect by one. The Success Rate. Wir nehmen das. Okay. MP hat Great Success bekommen. Transmitation Rate of MP by 10%. For all remaining Transmitations. Okay. Hm. Das heißt, wir klauen von wem anderen. Das ist nicht so geil. All remaining Transmitations will cost 20% less. Okay. Wir bezahlen 20% weniger. Ähm... I will increase the Great Success Rate of Stärke by 15%. Nö. Wir nehmen das die weniger Kosten. 224 statt 280. Ist okay. Der ist wieder in Dingens reingegangen. Specialty. Ja. I will consume one level of Specialty Gain effect. In exchange for that, I will swap the levels of Specialty Gain. Was ist ein Schwachsinn? Let me increase the level of... Okay. Okay. Wir können jetzt richtig dick gumbern. Ich kann aussuchen. Ich kann das hier machen. Ich kann sagen, wir kriegen minus... Minus... Von minus 2 bis plus 2 dazu. Wir gumbern, ne, Chat? Wir gumbern. Ich werde den effekt von 40 umstatten Ich hätte es nicht machen sollen. Increase the Transmutation Rate of Stärke. I will increase the Transmutation Rate of Resource Blessing. Ist okay. I will increase the Transmutation Rate of the effect you selected by 10% for all remaining. Okay, ja, bitte. Das ist ja ein Zehngut. Holy shit, bitte. Oh, da geht es schon wieder in Resource Blessing. Ich hasse ihn. I will distribute all the levels of one effect with the highest level among the other effects. Oh, I will distribute all. Okay, das ist ja Geisteskang. Okay, warte mal. Select. Hey! I will distribute all the levels of one effect with the highest level. Ah, okay, ich bin ein Idiot. Der nimmt das von dem Höchsten und verteilt es. Das ist ja komplett dumm. Wie dumm bin ich denn? Oh mein Gott, bin ich stupid. Okay, das war ja richtig dumm. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Okay, ähm, this time I will enhance the Stärke-Effekt, nö. I will increase one effect with the highest level by one level, but I, but one effect with the lowest level will lose two levels. Ich will, ich, das hier. Okay, nice. Und nochmal? Ah, geht schon wieder ein Ding jetzt. Okay. The final step I steal Stagger. Stagger, nö. Äh, Stärke werden wir... Ne, Stärke werden wir nicht entfernen. Wir zielen MP. Wir haben drei Trice now. Wir zielen MP. Oh, der kann gerne Splash-Meter-Gain gehen. Ne, 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 ne. Let's finish now. I will seal the Resource Blessing. Resource Blessing wird eh nicht mehr hochgehen. Ist auf eins. Okay, oh, ho, 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 er critter rein, Alter. So, let's finish it now. The effect you selected will be sealed and it will transmute two effects at the same time. Okay, schade. Ähm, wir hauen Stärke raus. Und hoffen, dass der... Okay, ich hab Special Meter plus zwei. Und Stagger plus eins. Also Level eins. Ist eigentlich okay. Und das Ganze kostet mich 5000. Chat, das hat viel zu lang gedauert. Ich hänge jetzt schon wieder 100 Stunden oder so in dem Dingens, in der Aufnahme. Absolut crazy. Ähm, es hat über 20 Minuten gedauert. Das ist crazy. Aber, ja, jetzt seht ihr ungefähr, wie das Ganze funktioniert, ja. Also es ist übelstes Gamba und ist relativ teuer für den Dingens. Und ihr müsst überlegen, ihr macht das pro Charakter. Fünf Teile, ja. Also gehen wir davon aus, dass es 5k kostet und das war schon günstig, ja. Fünf Teile, aber 5000, äh, Gold. 25.000 Gold. Und das werdet ihr wahrscheinlich mehrmals machen, bis ihr den richtigen Effekt habt. Absolut geisteskrank. Ja. Komplett crazy. Abschließend sei gesagt. Und ich weiß, das Video ist sehr, sehr langer. Das tut mir auch sehr leid. Aber es ist sehr, sehr wichtig, ja. Abschließend sei gesagt. Das Ganze ist natürlich wieder super viel RNG, ja. Ihr habt wieder super, super viele... Ähm... Ihr könnt super viel Pech haben, ihr könnt super viel Glück haben. Es ist halt RNG, ja. Das Ganze kostet Unmengen an Gold wahrscheinlich wieder. Und Unmengen an Ressourcen und Zeit und Nerven und Frust. Aber ich finde die Art, wie sie es gemacht haben mit dem Minigame und so, sehr interessant und sehr witzig. Äh, gerade für Content Creator sehr, sehr nice. Äh, ich glaube, es kann aber auch sehr, sehr frustrierend sein. Bedenkt bitte, dass das Ganze ein Bonus ist. Ja, ihr behaltet eure vorherige Stärke und baut darauf auf, ja. Ihr könnt jetzt absolut insane Sachen bekommen, aber der Großteil davon wird eher mediocre sein. Tut mir den Gefallen und aimt nicht für den Anfang, gerade wenn ihr im epischen Bereich seid, so wie ich jetzt, ähm, für Set-Effekte des Todes. Also ich muss unbedingt ein Level-2-Set-Effekt von dem Set-Effekt haben, bla, bla, bla. Weil das wird am Anfang, außer ihr seid ultra-lucky, nicht funktionieren. Gebt euch zufrieden mit den Sachen, die ihr bekommt, die euch vielleicht ein bisschen weiterhelfen, ja. So ein bisschen Special Meter Gain, bisschen mehr Damage und so weiter und so fort. Und dann variiert, testet ein bisschen aus. Und tut mir den Gefallen, bevor ihr irgendwelche Elixiere auf eure Rüstung macht, versucht erstmal alle Elixiere herzustellen, um dann zu entscheiden, was auf welche Rüstung kommt, ja. Oder auf welches Rüstungsteil. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen dieses Elixiersystem näher bringen. Ich werde, äh, im Stream ganz, ganz viele Elixiere rollen. Ihr könnt mit der Seite, die ich euch unten verlinkt habe, könnt ihr ein bisschen rumprobieren, ein bisschen austesten. Ähm, welche Effekte gibt es? Welche Möglichkeiten habe ich? Leider gibt es die Seite nur auf Englisch. Ich kann euch die leider nicht auf, äh, Deutsch geben. Ähm, ich den Kram nicht programmiere, beziehungsweise, äh, weil das nicht von mir ist, ja. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ich hoffe, ihr habt jetzt so einen kleinen, geringen Einblick in, in die Elixiere bekommen, ja. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr möchtet. Schaut gerne bei mir im Stream vorbei. Ich bin jeden Tag live, äh, so ungefähr ab 14 Uhr. Ähm, Link ist auch in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen absolut fantastischen Tag. Haut rein, macht's gut und tschüssi!